Servus Leute, ich bin Zoya Kiyovi. Ich habe mir überlegt mal heute einen Part Mario Kart Wii aufzunehmen und zwar um 21.30 Uhr. Wenn ihr Lust habt und mitspielen wollt, den FC werde ich euch noch darunter schreiben in der Videobeschreibung, aber dafür müsst ihr euren in die Kommentare schreiben. Bevor ich aufnehme werde ich nochmal darunter gucken und euch adden. Es wird zwar nicht die beste Qualität, aber ich versuche mir Mühe zu geben. Vielleicht überlege ich mir jede Woche mindestens ein Part hochzuladen, wenn ihr es mögt. Ich gebe mein Bestes und ich hoffe, wir werden Spaß haben. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis später vielleicht und ciao!